Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel in Apostelgeschichte, nämlich Kapitel 8. Da fangen wir direkt mit an mit dem Lesen, denn es ist ein etwas umfangreicheres Kapitel. Mit der Überschrift Verfolgung in Jerusalem, Zerstreuung der Jünger. Wir erinnern uns, Kapitel 7 endet mit der Steinigung des Stephanus, wo ja auch Saulus aka Paulus daneben steht. Und jetzt geht es mit Saulus weiter. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt, also der von Stephanus. Und an jedem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Ja, also wo eben schon diese Verfolgung auch stattgefunden hat, durch den Hohen Rat, durch die Sanhedrin, findet jetzt hier eine sehr große Verfolgung statt. Ja, kann man vermuten, dass da vielleicht auch ein gewisser Mob, wenn man den so benennen darf, mit dabei war und das nicht nur die Tempelleute waren. Das hat da um sich geschlagen und aus. Nur die Apostel, ja, das Epizentrum, die bleiben da fest bestehen. Und Gottes fürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Ja, also wenn wir das lesen, das ist schon der absolute Wahnsinn, wie sich da auch ein Mensch durch Gott ändern kann. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also von der einen Seite komplett auf die andere. Vers 5 Also Philippus ist ein Apostel, wie wir erkennen. Und jetzt fokussieren wir uns in dem Kapitel 8 einmal auf Philippus. Und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus vielen, die unreine Geister hatten, also Dämonen, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Also das, was Jesus getan hat, das setzten die Apostel vor. Und es herrschte große Freude in jener Stadt. Aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen, indem er sich für etwas Großes ausgab. Ihm hingen alle an, klein und groß, indem sie sprachen, dieser ist die große Kraft Gottes. Sie hingen ihm aber an, weil er sie so lange Zeit durch seine Zaubereien in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, ständig zu Philippus. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Fangen wir hier kurz einen Cut und gucken einmal, was hier genau passiert. Ja, also Simon, der Zauberer, der hier in dieser Stadt Zauberei betrieben hat, der hier auch sehr bekannt ist, wo auch steht, und das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen hat. Ja, also sehr gute Formulierung. Nichts anderes ist auch Zauberei, Magie. Ja, der hat die Leute manipuliert. Ja, der hat die manipuliert, um auch von denen zu profitieren oder die auf seine Seite zu bringen. Hat sich hier auch noch für etwas Großes ausgegeben. Wir lesen das hier auch dementsprechend negativ konnotiert. Ja, und es wird gesagt, dass ihm alle anhingen. Ja, so stark war seine Manipulation, seine Zauberei. Klein und groß. Ja, und die haben sogar das noch verwechselt, was er gemacht hat, als die Kraft Gottes. Ja, ein Zauberer, dem die Leute nachsagen, er hätte die Kraft Gottes. Ja, und das ist wahnsinnig aussagekräftig. Wahnsinnig aussagekräftig, weil auch wir als Menschen, die vor dem Glauben unterwegs waren, wir sind auch geblendet worden, massiv. Wir denken da an den Satan, der die Ungläubigen blendet. 2. Korinther 4,4 Also auch hier, wir, die ja ebenso von einem Zauberer von Satan geblendet waren, ja, das auch eventuell gar nicht verstanden haben, was das mit Jesus Christus auf sich hat, warum er überhaupt für uns hat am Kreuz sterben müssen. Also ist alles sehr sinnbildlich. Ganz tolles Beispiel, das auch zu übertragen. Und dann steht hier, sie hingen ihm aber an, weil er sie so lange Zeit durch seine Zaubereien in seinen Bann gezogen hat. Nichts anderes verhält sich das, wie eben dargestellt, auch bei den sogenannten Ungläubigen, also die, die noch nicht zum Glauben gekommen sind, an Jesus Christus, die von Satan in der Welt geblendet werden. So, und dieser Simon, der glaubte dann auf einmal in den Aposteln. Hier lesen wir, Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. So, und dann lesen wir weiter. Vers 14 Überschrift Petrus und Johannes in Samaria. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. So, da müssen wir auch mal kurz einen Cut machen, weil dieser Vers in Vers 16 häufig für Verwirrungen sorgt. Und diese Verse hier auch, so 15, 16, 17, aus dem Kontext genommen, sehr häufig schnell zu Verwirrungen sorgen kann. Also, wir haben hier die Thematik, dass sie hinabkamen, Petrus und Johannes, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Und das heißt hier, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Ja, also, ich verstehe das so, dass sie ihren Glauben bekannt haben. Ja, sie haben ihren Glauben an Jesus Christus bekannt, aber sie haben den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Jetzt legen die Apostel dann ihnen die Hände auf, um ihnen den Heiligen Geist zu verleihen. Oder sie machen es ja nicht selber, es ist ja Gott, der den Heiligen Geist gibt, aber sie legen die Hände auf, um genutzt zu werden, dass sie, die anderen, den Heiligen Geist bekommen. Und das ist jetzt die Frage, manche sagen, okay, was muss ich denn eigentlich machen, um den Heiligen Geist zu bekommen? Ja, was gibt es denn alles für verschiedene Taufen? Paulus sagt ja, es gibt eine Taufe und wir lesen das auch gleich im Kapitel, wenn jemand zum Glauben kommt, ja, dann ist der erste Schritt danach, dass er sich taufen lässt. Ja, wir machen das mit der Taufe, die wir kennen, die auch Jesus Christus vollzogen oder unterzogen wurde, vollzogen hat mit Johannes dem Täufer, also komplett in Wasser untertauchen. Wir haben dazu auch ein Video gemacht, das Video hat auch eine entsprechende Musterformulierung zur Taufe, also ein Beispiel, wie man das formulieren kann. Und man kann davon ausgehen, dass die Apostel da spezifisch nochmal da die Möglichkeit hatten, das bereits durch Hände auflegen zu tun. Ja, wir lesen aber gleich gerne das Kapitel noch einmal weiter und dann wird das, denke ich mal, etwas deutlicher nochmal werden. Als aber Simon, also der Zauberer, als aber Simon, der Zauberer, sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld. Also er, der auch vorher hier von der Menschenmasse verwöhnt wurde, ja, wo die Menschenmasse hinterhergelaufen ist, wo wir auch vielleicht vermuten können, dass er das getan hat, damit er hoch angesehen ist. Das heißt ja auch, indem er sich für etwas Großes ausgab, ja, Ego. So, und jetzt kommt er zu einem Apostel und sagt, ich will das Gleiche werden wie du und ich gebe dir dafür Geld. Das ist natürlich eine Vollkatastrophe, weil mit Geld kann man sich den Himmel und keine Gaben oder den Heiligen Geist erkaufen. Und auch wenn die Apostel das hier tun und durch Auflegen den Heiligen Geist hier in dem Fall geben, ist es immer Gott, der es tut. Ja, auch wenn man dafür betet, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Es ist nicht die Person, die betet, die dann die Person mit dem Heiligen Geist erfüllt, sondern es ist immer Gott ausschließlich. Ja, und das ist sehr schwierig hier, wenn ein Zauberer, ja, Simon, ist auch egal, ob er Zauberer ist oder nicht in dem Fall, aber das Interesse hat einfach, sich Gott zu erkaufen. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst, also in ganz schlechter Situation, und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich komme. Sie nun, nachdem sie das Wort des Herrn bezeugt und gelehrt hatten, kehrten nach Jerusalem zurück und verkündigten dabei das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. Vers 26 mit der Überschrift, Philippus verkündigt dem Kämmerer aus Äthiopien das Evangelium. Das ist auch eine sehr schöne Stelle, die auch ein Paradebeispiel ist, die sehr, sehr viel verwendet wird, um zu verdeutlichen, wie Gott den einzelnen Menschen schicken und nutzen kann. Lesen wir. Äthiopien damals ein sehr, ein sehr starkes Königreich. Und da gibt es formell bei dem Vers 1 anzumerken, und zwar, wenn wir uns hier angucken, den Urtext, das Griechische. Dann haben wir hier bei der deutschen Übersetzung an der Stelle von dem Wort Kämmerer, ja, ein Kämmerer, das ist hier im Deutschen als Kämmerer übersetzt, da haben wir hier im Urtext folgendes Wort. Strong's G2135, Unuchas, Unuchas. Ja, also ein Unuch, ja, ich denke mal die meisten wissen, was ein Unuch ist, ansonsten kann man das gerne mal nachschauen. So, also ein Kämmerer, Schrägstrich Unuch, und Gewaltiger, der Kandak, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Ja, also der geht nach Jerusalem, um anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und zwar Kapitel 53. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Also Philippus spricht zum Kämmerer, verstehst du auch, was du liest? Der Kämmerer aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben, wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Das ist Jesaja Kapitel 53. Ein sagenhaftes, sehr markantes Kapitel. Das muss man kennen, das muss man gelesen haben. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach. Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Ja, also wen meint hier Jesaja? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden. Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab. Philippus und der Kämmerer und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde in Astot gefunden oder zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Ich wünsche allen Gottes Segen und sage bis zum nächsten Thema.